Hallo, wie versprochen kommt hier das Studio-Video. Und zwar bin ich hier immer noch im schönen Studio in Koblenz. Es sind jetzt hier die letzten Minuten Montagabend und wir sind jetzt hier schon langsam am Zusammenpacken. So sieht das hier aus. Studios sind immer sehr gemütlich, da wird nämlich darauf geachtet, dass es keine geraden Flächen gibt. Und also überall sind hier so Dinge, die den Sound beeinflussen, wo irgendwie die Schallwellen dran abbouncen. Seht ihr das, wie cool die Wand aussieht? Und dann natürlich auch überall diese Dinger hier. Genau, für das Maximum-Klang-Erlebnis. Und das hier ist mein Office gewesen für den Tag. Und da hinten, im Hintergrund, hört ihr mein Traumfänger-Lied? Ja, ähm, hier habe ich gerade Wölflein aufgenommen. Da unten meine Texte, mein Songschreibebuch. Die kleine Müh. Ähm, hier singe ich in dieser Kombination von drei megateuren Mikros mein Wölflein-Text. Ähm, die Geige ist natürlich am Start. Und die kleine Müh, die kleine, kleine Müh. Die war ganz brav und ganz still. Ja, und jetzt zeige ich euch den Malte hier. Das ist der Malte in seinem Control Room. Das ist der Malte. Der nimmt mein Album auf, der ist mega cool. Und wir haben voll viel Spaß. Und der macht es richtig gut. Und das ist mein Chill-Keks, auf dem bin ich immer. Wir selbst, ob du tanzt oder fängst. Sei Stern, Schnurren, Stauner, Bommer, Baum um Ammer, Regenbaumretter wie ich. Sei Zuhörer, Märchenerzähler, Kinderkuschler, Tierstreichler, sei, was du willst. Sei, was du willst. Sei, was du willst So Jetzt sage ich mal Tschüss, bevor ich euch schon den ganzen Song zeige Demi und ich, wir verabschieden uns und wir sehen uns irgendwann anders Ich habe nochmal einen Termin mit Malti ausgemacht Ich muss ihn auch mal besuchen kommen, wir haben nämlich noch nicht alles geschafft Aber das meiste, irgendwie sowas wie 8 Songs haben wir geschafft Also ganz schön viel Und ich freue mich sehr, 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 euch das zu zeigen Und freue mich auch eure Meinung zu dem zu hören, was ihr gerade gehört habt Ob euch das gefällt Und was ihr so macht, wie es euch geht So, dann sage ich bis bald Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Fragen Und über eure Daumen Und ich sage Liebe an euch aus Koblenz, aus dem Studio Tschüss